Da diese zu himmlischen Dingen aufseufzen, tragen sie die grünende Lebensfrische vollkommener Liebe in sich und beeilen sich, allen zu Hilfe zu kommen. Daher bringen sie gleichsam durch den Lufthauch der Reue unter Tränen die Klage im Gebete vor, so wie ein milder Lufthauch die Blüten heraustreibt. Und so wirken sie in der Glut himmlischer Sehnsucht reichste Frucht, die Speise des Lebens gleichsam, die ihrem eigenen Nutzen wie auch dem vieler anderer dient. Tugenden und Liebe aus Liber Divinorum Operum Gott schuf den Menschen in der Kirche zur Erkenntnis seiner Gottheit, damit er in seiner Seele die himmlischen Tugenden mit den Seufzern seiner Seele verwirklichen kann. Mit ihnen ist die Kirche wie mit Edelsteinen der Tugenden geschmückt. Er schuf ihn auch nach dem Bild Gottes, nämlich nach seinem Sohn. So soll er von glühender Liebe umgeben sein, indem er alles Gute in Keuschheit mit noch vortrefflicheren Tugenden vollendet, damit die Kirche Gottes mit den Werken Gottes vollendet wird. So also schuf Gott die Völker, damit sie männliche Kräfte, nämlich den Mann, in den himmlischen Tugenden haben und damit sie bei der Bedrängnis der Seele im weltlichen Leben in Sorge um ihre Kinder auch in Gottesfurcht leben. Das ist die Frau, damit die Kirche auch mit ihr aufgebaut wird. Aus diesen Gründen segnete Gott sie mit dem vollen Segen der heiligen Menschwerdung, nämlich darin, dass der Sohn Gottes sich mit der Menschheit bekleidete. Und deshalb sollten in den geistlichen und weltlichen Menschen alle Arten der Tugenden, die wegen der Liebe zu Gott Fortschritte machen, kräftig träufeln.